Hallo Leute, das sind wieder seit lang bei einem Ranked PvP mit Commentary. Ja, ihr seht, ich bin hier gerade im PvP-Wettkampf und es ist voraussichtlich oder vermutlich der letzte Ranked Fight auf meinem Feuer, weil wir danach 1500 haben und der letzte, weil ich auf mein Feuer mit dem Rating einfach kaum jetzt noch Kämpfe kriege. Und ja, ich möchte jetzt öfter auf Ice machen, äh, weitermachen und mit 1500 bin ich auch eigentlich zufrieden. Ja, meinen 900er Kampf habe ich aber im Arc aufgenommen, meinen Overlord Kampf mit, äh, Carlos und den Kampf nehme ich jetzt einfach mal alleine auf. Ja, also wie gesagt, ich warte immer so lang bis ich hier Kämpfe kriege und ich bin dann einfach erstmal zufrieden bis zur dritten Ära mit dem 1500er Rating. Also da wird es erstmal bis zur dritten Ära voraussichtlich auch vorher keine Wettkämpfe mehr geben, weil ich kaum welche finde und weil das System sowieso etwas broken ist. Weil ich kriege irgendwie zu 20% sowieso Level 80er, was dann total unfair ist. Und ja, das möchte ich den Level 80ern ja eigentlich nicht so antun. Und ja, dann wollte ich noch was zum Let's Play sagen, das auch eine Weile nicht mehr gekommen ist. Also es liegt daran, dass Pumbaa sich noch nicht bei mir gemeldet hat, aber wenn er in der nächsten Zeit nicht auftaucht, werde ich das erstmal alleine aufnehmen. Und dann werde ich auch noch ein paar Sachen ansprechen zum Olympen und sowas, da gibt es ja auch noch einiges anzusprechen. Ja, dann sehen wir uns gleich oder was weiß ich wann wieder, wenn ich einen Wettkampf habe. Und wenn wir den gewinnen, haben wir 1500. Also ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich in der zweiten Ära noch so ein Rating schaffe, weil, ihr müsst wissen, ich habe mit 200er Rating angefangen. Aber ja, ich hätte es eigentlich noch kaum für Möglichkeiten, dass ich überhaupt noch Kriegsherwerd und jetzt habe ich einfach 1400. Das ist wirklich krass. Aber ja, bis zur dritten Ära werde ich erstmal die Rangliste in Ruhe lassen. Ja, okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder beim Final Fight gegen Sam. Und mit dabei Tarlok und Chris. Tag. Oh, ich weiß ja, ey. Erste Runde. Lol. Mit oder ohne Posi? Ohne leider, mal wieder. Ja, dann würde ich es nicht machen. Naja, ich habe schon gemacht, weil erste Runde bringt es. Okay. Dorn 2300, alles klar. Er muss das Bugs machen und ich bin echt bei dir. Wehe. Ich muss durchkritten, bitte. Bitte Kritte FFRE durch. Geil, kein Kritte. Holy Shit. Ich gut. Ich potte. Hä, wie viel Pech kann man denn bitte haben, dass der einen Dorn lackt? Ein Drittel. Hä, wenn der jetzt mit Bugs killt, ne, dann dreh ich so durch. Ich würde wirklich auslassen. Wenn der Bugs macht, bist du tot, ne? Meinst du? Ja, aber... Ja. Scheiße. Das ist ja auch durch jeden Angriff, also fast jeden Angriff, den du machen kannst tot. Boah, wieso lag der Typ auch dort? Bitte such nicht aus. Und... Blitzgewitter. Was? Oh, das könnte aber auch können, oder? Nicht. 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 Was hast du gemacht, was hast du gemacht? Oh, Turmschitz. Leider. Okay. Aber... Ja, ich hätte angegriffen, glaube ich. Ja, jetzt hat er gewonnen. Ja, ich hatte keinen Angriff. Ich mach einfach... Oh, der macht noch mal. Bitte. What the fuck ist das für ein Game, Mann? Ja, ich hab verloren. Ja, aber auch nur Bugs machen halt, ne? Ja, oder halt... Alles killt dich, alles. Ja... Schei... Krake... Ey, nur weil der Dorn gelackt hat. Und... Ja, Glover. Boah, ganz ernst. Das ist jetzt echt... Näh... Das würde ich schon machen, zu den Kölner. Oh... Ja, nein, Sam war schlecht und er hat zu null lang. Okay, das ist... Boah... Ganz ernst, okay. Ich mach da halt doch nen Kampf, bis gleich. Ja... Leute, da sind wir wieder Angel Nachtkrieger. Mit dabei. Gegen den gewinnst du, gegen den gewinnst. Gegen den gewinnst du echt. Ich hab bis jetzt noch nie gegen den verloren. Boah... Ich hab auf meinem Feuer gegen ihn gewonnen und ich hab nur einen Teil der Darkmoor-Ausrüstung. Lol... Instant 3 Schwefel-Zombie auf... Behalt... Ich mach erste Schwefel-Zombie, oder? Ja, behalt zwei Schwefel-Zombies mindestens. Also mach einen und behalt einen. Ja, ja. Hab ich gemacht. Der spielt mit seiner offensiven Ausrüstung, ne? Okay. Ey, wenn ich jetzt gegen den verliere, ich würde sie ausrasten. Genau das eine Mal, was ich nicht brauche. Oh... Ich muss einfach gewinnen. Oh, der Dammit. Crit-Aura. Wenn du... Bitte mach Conviction, bitte. Hm, ich muss ziehen. Nee, nicht gezogen. Irgendw... Schild... Er wird Knochen-Drache... Also, ich sag, er wird Knochen-Drache durchkritten. Hoffentlich krittet der nicht durch. Ich komm mal seine Steps an. Oh, Klinge. Convict... Du musst Conviction ziehen. Oh, ja. Wenn ich Conviction ziehe, sieht's eigentlich ganz gut aus. Aber nicht. Gold-Karten-Deck? Hast du die da nicht drin? Nee, nee, da hab ich die nicht drin. Oh, das... Soll ich Klinge machen und dann Schwefel-Zombie? Und danach vielleicht FF-A? Ich würd Klinge machen, auf jeden Fall, aber... Und dann hoffen, dass du FF-A irgendwie kriegst. Also mit Schattenpip. Ja, ja, ja. Das wär besser. Oh, oh, oh. Was macht der? Drache. Bitte nicht kritt durch. Der, der... Aber, ey, aber stopp. Das ist ne echt große Chance, dass der den jetzt durchkritt. Also... Da kann man sich nicht drüber beschweren. Ohne Spaß. Bitte. Bitte Block. Bitte. Oh, was? Oh mein Gott. Wie kon... Wie konntest du den blocken, man? Holy shit, Alter. Wie viel Crit hatte der jetzt damit? Keine Ahnung, 700 Crit fast, oder? Okay, ja. Crit auch? Ja. Scheiße. Kein FF-A? Schade. Ich mach Schwefel-Zombie. Ja, vielleicht kriegst du ja noch einen Schattenpip und kannst in der FF-A? Er hat 252 Block, also da müsste ich durch. In den meisten Fällen. Ich denk mal, er wird jetzt, keine Ahnung, so Klagegeist oder so machen, weil wenn der den durchkrittet, der zieht schon durch. Oh ja. Was? Schild. Schild. Junge. Äh, das Problem ist, er wird jetzt Crewlos machen. Ja, ich hab ein Schild auf der Hand. Oh, wieder kein Schattenpip. War ich das entstanden? Äh, ich versuch zu ziehen. Weil... Ne. Schade. Ich kann grad nicht gerade die besten Karten verwerfen. Ich werfe noch eine Klinge. Ne. Schade. Ich mach Schild. Schild oder so. Wenn der den Crewlos gegen dich durchkrittet, ist er erstmal wieder fast voll, ey. Oh ja. Ja. Das ist passiert. Crewlos, ja. Also Pips sind noch da, das heißt... Ja, okay. Die wären sowieso noch da. Ja. Ey, aber der macht nur 1500 Damage, wenn du kein Schild hast, ne? Oh, okay. Weil der macht echt wenig Damage, äh, der Angel. Block. 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 Scheiße. Das ist kein... Glaub mir, der wird jetzt nicht so viel Damage machen, wie du jetzt vielleicht denkst. Oh, stimmt. Du hast recht. mit dem Crit. bist du geil, Alter. Durch, durch, durch. Durch! Oh! 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 700 Leben noch! Und dann? Stun! Wenn er jetzt den Ludicade hat, dann hast du verkackt. Nein. Dann überlebt er das trotzdem, wenn er nicht durchcrittet. Kukulu wird ja nichts für Schaden machen. Und außer... Und... Ja, okay. Und außerdem hat er die Karte. Oh, dann wird der Schattenpip gewesen, Junge. Hoho. Das ist bitter. Das ist so bitter. Der wird jetzt sowas wie Klagegeist machen und hoffen durchzukritten. Ja. Ich, ich, ich... Ich... Kenn den entweder das, oder er macht Juju. Nee... Oder er macht Juju. Vampir, würde ich sagen. Ja, Vampir, Klagegeist oder Juju. Äh, Kapuze. Kapuze. Das heißt, ja er will nächste Runde, ähm, Kukulus. Greif an, greif an. Du musst angreifen. Du musst angreifen. Bitte treffen, bitte. Aber es war auch ein 60er Treff ich, treff ich Ja, du triffst, du triffst Oh mein Gott Fertig mit Feuer, Alter Ja Ich wunsch, würde ich sagen, ne? Danke Scheiße, ist einfach ein Mähde hier Oh, 1500 Ja, Leute Das war's mit Ranked Feuer PvP